Ich würde gerne das Haus irgendwie anders hinsetzen. Du nicht? Äh, naja, dann hinten an die Ecke, oder was? Weil du hast halt hier ringsherum richtig schön Platz, um dann irgendwann noch mehr Felder zu machen. Genau. Genau. Wenn wir irgendwann so weit kommen sollten. Aber was hast du denn hier gemacht? Ja, ich hab ja gesagt, ich hab aus versehentlich ein Feld gemacht. Ach so, wegen, ja, 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 ja. Ähm, wie viele Potatoes hast du? Einen, eine. Oh, kann ich da jetzt, ich kann keinen Rechtsklick machen. Auf die Kartoffel. Ne, du musst ja auch Linksklick machen, ne? Linksklick? Och lol. Ich hab dir da Potatoes hingelegt. Hm, und jetzt kann ich da tatsächlich Seeds draus machen. Ich hab immer, ich wollte einen Rechtsklick machen, damit sich das Menü öffnet. Vielen lieben Dank. Äh, um dann sagen zu können, dass daraus Seeds werden sollen. Ich mach uns nochmal, boah. Oh, ich kann Dill anbauen. Ich mach's einfach mal, Woll. Jawoll, Sigi. Mach mal. Ja, gäh? So, ich mach jetzt auch nochmal hier 10 Kartoffeln hin. Äh, Potatoes. Ich mach mal 5, weil ich hab ja auch noch hier Dill und sowas. Boah, das geht ja immer hier voll an die Substanz und wir müssen auch ein bisschen verkaufen, ne? Wir brauchen Geld. Vielleicht gibt es einen Architekten, der das macht. Äh, wegen dem Haus. Oh, das kann voll sein. Oh ja. Wie gesagt, die Stadt, äh, habe ich, kenne ich noch nicht so wirklich. Das kann sein, dass da, dass es da echt irgendwie Architekten gibt. Weil, ne Bücherei und so weiter gibt's ja auch. Stimmt. Ähm, die 3. Aber es ist voll cool, dass wir jetzt auf einem Hof, äh, spielen können. Oh, meine Kanne ist leer. Ja, da hatte ich, ganz ehrlich, äh, da hatte ich ein bisschen Angst, äh, gehabt, dass man, verschiedene nehmen muss, halt quasi, dass wir das noch nicht reingepatcht haben oder wie auch immer. Das wäre nämlich echt irgendwie dann doch doof gewesen. Din, 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 din. Deine Kanne ist leer. Ja. Oh, ich bin schon wieder im roten Bereich. Aber noch hellrot, noch nicht dunkelrot. Äh, nimm mal, iss mal eine Kartoffel. Und schau mal, was passiert. Ja. Äh, äh, ah, ne, ich will das aber verkaufen. Ja, wegen einer oder zwei Kartoffeln wüsste ich jetzt nicht irgendwie arm werden. Ja, nu, das sagst du so leicht. Guck mal, wir brauchen eine Angel, wir brauchen eine Axt, ja. Wir brauchen auch irgendwann mal ein Wohnzimmer, eine Küche. Ja, eine Toilette. Guck mal, wie wir hier rumhängen. Ja, einfach, warte mal, wie ging das? Äh, Optionen? Nee. Unlock-Kamera. So, und jetzt? Guck mal, Mama, sehen wir nicht toll aus. Warte. Wir sind zwei Knorkel. Ich sehe es bloß im Hintergrund. Ey, die sehen doch toll aus. Ich gehe mal verkaufen, komm. Wir brauchen Geld. Okay, also ich habe ausnahmsweise, ich folge dir unauffällig, ich habe jetzt ausnahmsweise mal eine Kartoffel gegessen und das bringt tatsächlich noch nicht mal ansatzweise was. Okay. Also das ist so, so wenig, äh, was man da an Energie wiederkriegt. Da reichen noch nicht mal zehn aus. So, also kann man die getrost. Guck mal, jetzt haben wir wenigstens 77 Dollar. 77 Dollar, da kriegst du ja gar nix für. Ich habe noch 47 zusätzlich. Morgen, guten, da wieder bin, WB Defider. Bin wieder da, Hallöchen Defider. Ja, für 47 Dollar, äh, kann man sich mal, wie wir einfach so durchhängen. Ja. Ist halt jetzt die, so die Sache, äh, 77. Wir müssen aufpassen, wie ist deine Kanne, äh, deine Kanne, doch, deine Kießkanne. Wie ist die Titel? Wie ist, äh, komplett, achso, äh, drei Viertel habe ich noch. Okay, ich bin nämlich nur noch beim Drittel, also, ja. Also ich werde das Geld sparen. Ja, lass uns mal, äh, wir haben ja Zeit noch ein bisschen, lass uns mal wieder in die Stadt zurückstiefeln und, äh, da mal irgendwie nach, äh, einem passenden Laden für uns suchen. Passender Laden, meinst du? Äh, ja, wo, wo es halt, äh, Gießkannen und, äh, Hacken und, äh, Äxte und so gibt. Also halt, äh, Werk, Werkzeug. Hm. Wie geht's euch denn so, Leute? Ich hab euch noch gar nicht gefragt, wie es euch so geht, glaub ich. Hab ich euch schon gefragt, wie es euch geht? Heut ihr oder seid ihr am Schwitzen? Ich glaub, das ist beides so, ja. Ja, Mama so, nö, hast du noch nicht gefragt. Hier, Chef. Yes, I'm a farmer. Hallo. Wie geht's dir? Plus zwei Friendship. Ey, jetzt hau doch nicht ab. Alter. Der Iron Watering Can kostet 252. Ja, das habe ich auch nämlich gehört, das, was? Ich schwitze. Ähm. Ich hab das auch mit, mitbekommen, dass das tatsächlich echt voll teuer noch sein soll. Also das, äh, müssen sie auf jeden Fall nochmal, müssen sie auf jeden Fall nochmal ran. Also hier können wir uns leider noch nix kaufen. Das ist zu teuer. Eine Copper Brush für Animals, die das mögen. Ich denke mal Pferde und so, ne? Ja, 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 ja. Aber, ich meine, ich kann dich ja immer mithaben. Ne. Ja, nee, er zählt den Satz ruhig zu Ende. Hi, 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 hi. Mir, Biene geht super, das ist doch, das höre ich doch gerne. Äh, das, genau. Klunker, holst du mir was? Muss weg. Hey! Muss weg. Du weißt doch, they are gold's best friend. Ja, ja. Hi. Hallo. Guck mal, da vorne. Ja, ich... Hm? Ja, kann man machen jetzt, ne? Für 47. Bein es selber, muss man aber nicht. Wollt ihr nicht zuerst mal Klamotten kaufen? Nö, wenn ich genug habe. Laufst du so voll mit den Brillis rum, weißt du? Ja, ja. Am ganzen Körper aus, da wollte ich zum Anziehen. Ja. 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 Kann ich theoretisch gesehen, meinen Brunnen verkaufen? Äh... Das weiß ich nicht. Ich geh nochmal kurz zu dem Schmied. Ich quatsch mal hier so mit ein paar Leuten, ne? Ja. Ja, 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 ja. Also... Kann ich verkaufen? Oh, für 50 Gold. Na gut, aber... Ich mach das mal, weil wir haben ja eh einen, den wir beide benutzen können, ne? Okay. Ich kann nur das machen in Farm. Okay, hier ist so eine Tafel beim Bürgermeister mit Aufgaben. Können wir ja mal gucken, ob wir da auch irgendwie schon was machen können. Ach, ja. Hier zum Beispiel... Jetzt haben wir die leider verkauft, die, ähm... Potatoes. Na? Aber hier... Does anyone have lettuce? I need one of them. Okay, das schaffen wir nicht mehr. Aber das können wir auch mal probieren. Ja, ich glaube, soweit sind wir tatsächlich noch... Uh, ah, diese Steuerung, halt... Die ist furchtbar, ne? Ey, ich dreh mich dreimal im Kreis. Ja, BuLP schreibt viel zu sexistisch hier. Das täuscht alles bloß. Weißt du? Und wenn's nicht täuscht, weißt du, von wem ich das habe? Ja, von uns nicht. Nee, nee, ihr seid da... Ja, nee, stimmt. Wir wollen sowas nie tun. Nein, 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 nein. Ja, was machen wir? Ja, wir haben kein Geld. Ja, jetzt ist auch bald wieder abends. Dann lass uns halt echt schlafen gehen. Keine Ahnung. Und dann müssen wir erstmal so, äh, schauen, dass wir möglichst viele Felder... Oder dass ich mir dann... Oder dass wir uns dann morgen halt echt nochmal einen Haufen Samen holen. Ja. Ähm... Und dann halt echt einfach erstmal uns komplett, wirklich konstant um die Felder kümmern. Mh, das Problem wird ja auch sein, na, dass unsere Klamotten hier kaputt gehen. Ähm... Ich weiß gar nicht, ist jetzt schon irgendwas fertig geworden in der Zeit, wo wir jetzt hier in der Stadt waren? Mh, gute Frage. Klaut ein Haus und verkauft es. Ja, das können wir natürlich auch machen. Ist leider nicht Stachsel. Ne, ist leider noch nichts fertig. Oh, Rokko, hi. Ich hab dich gar nicht jetzt mitbekommen. Tut mir leid. Rokko! Äh, geht angeln. Wir haben leider noch keine Angel. Wie, wir können uns noch nicht mal eine Angel leisten. Ne. Aber wir können ja jetzt nicht schon abends um 7 Uhr pennen gehen. Ja, aber was willst du machen? Keine Ahnung, Fernseh gucken. Fernseh gucken. Okay. Ja, ich... Gehen wir pennen, weißt du? Wir gehen schlafen. Abends um 7 Uhr, ey. Da fängt erst der Tag richtig an. Es regnet, das heißt, wir müssen nicht gießen. Okay, cool. Das ist schon mal super. Ich hab, äh... Den Bot muss ich tatsächlich noch richtig optimieren, äh... Einstellen und so. Da... Ja. Die Turnips sind fertig. Das ist ein bisschen zu überübertrieben noch. Voll geil. Was ist hier fertig? Potatoes! Oh. Dann haben wir jetzt, äh... 18 Turnips und 6 Potatoes. Plus dem, was du noch, ähm... Hast. Ähm... Ich hab noch... Was hab ich denn noch? Äh... 14 Kartoffeln und, äh... 7... Zwiebeln sind das, ne? Turnip. Ähm... Rüben, ne? Rüben? Rüben. Meine, ich... Glaube ich. Ähm... Das sind 6... Dann krank sie mit... Euren Händen, Mann. Geht nicht. Gar kein Über... Nee, nee, nur... Nur minimal. Hier ist, äh... Keine Überforderung. Wies den Chat? Mache ich doch! Haha. Hihihi. Huch. Ähm... Nee. Huch. Eine Steuerung. Hä, die ist doch sauber. Ich weiß nicht, was du hast. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Ja. So. Oh, mein Rechner ist grad voll laut. Okay. Was hast du wieder hier gemacht, Jung? Ich weiß es nicht, was der da macht. Ähm... Soll ich die ja... Warte mal. Ähm... Ich mach mal aus 5... Also... Potato Seeds, ja? Ja. Und dann hab ich hier noch eine übrig, weil wir haben ja immer 5er Reihen. Dann kannst du die mitverkaufen. Dann mache ich nämlich jetzt hier noch eine Reihe Potatoes. Jawohl, alles klar. Weil wir müssen ja jetzt nicht gießen. Und die Turnips, die ich hier noch hab, die, ähm, verkaufe ich dann. Oder soll ich davon auch noch mal 5, ähm, verarbeiten? Mach doch davon auch noch mal. Ja, mach doch da auch noch mal. Weil heute, also wie gesagt, heute müssen wir es sowieso ausnutzen, weil es, äh, regnet halt, ne? Mh, das stimmt. So. 1, 2, 3, 4, 5. Äh, da. Aber unser Feld ist ja schon, na? Franz, Sissi, Franz, Sissi. Ach, ist das schön. Da hab ich auch schon Yogi gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dass der Franz nimmt. Nein, kommt er nicht. Der Yogi kommt nicht hinterher mit dem Lesen. Weil er es einfach nicht gewohnt ist. Werne Chem ist also im Grund zum Ton. Äh, das wurde mir schon gesagt. Ich hab allerdings keine Ahnung, wie ich das beheben soll. Ich geh mal verkaufen, ne? Jawoll, mach das. Uh. Laufestand hier richtig. Ich bin schon am Farmschub vorbei. Ich hab keine Musik mehr. Wo ist meine Musik? Ich hab gerade auch keine. So, 9,30 gab es jetzt. Boah, Lettuce ist total teuer. Kostet 15. Können wir erstmal nicht machen. Der Chat hat Spaß. Haben wir schon Barley? Äh, nein. Ich geh erstmal gucken, bevor ich jetzt Barley hole. Ja, 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 ja. Ähm, wegen, äh, Dingens hier. Ja, wegen erkennen. Also, ne? Hier ist noch eine bessere Kanne. Äh, ja. Wir haben ja jetzt nur Holz nach, äh, Kopper und, und so weiter, ne? Genau. Oder vielleicht sogar gleich Silber. Ja, müssen wir, müssen wir gucken. Aber es ist halt schweineteuer alles noch. Puppi. Die Flachwitze bahnen sich an. Ja, tatsächlich. Baba. So, wo war der denn jetzt? Oh, die Sucherei. Dankeschön, äh, Carsten. Für die 5+, die ich für meinen Stream bekomme. Na, Wurdenkern hat der. Die kostet 60. Die Kopper kostet 100. Also, die könnte ich zum Beispiel holen. Die kostet 60, hast du gesagt. Die Kopper kostet 100. 100, ja, okay. Ich hab, okay, ich muss da leider noch ein bisschen warten, weil ich hab, glaube ich, ich hab jetzt 11 Kartoffeln, und, äh, 7 Rüben. Ich kaufe mir mal. Und insgesamt, und insgesamt 47 Gold. Oder halt, was auch immer. Das ist für eine Währung. Ich kaufe mir die mal. Und die Wurdenkern, gibt es 20. Die verkaufe ich mal. Ja. Weil dadurch spare ich ja auch wieder Ausdauer, ne? Ach ja, da müssen... Oh, ja, ja. Bist du jetzt eigentlich schon mal das zweite Mal umgefallen? Nein. Okay, weil ich hätte gerne mal gewusst, ob man immer nur, also nur in Anführungszeichen, drei Gold zahlt. Also dann ist das nämlich nicht so, so teuer, wenn dir jetzt halt irgendwie pro Umfallen irgendwie, dass sich um, um ein Gold erhöht oder so, dann bist du ja irgendwann halt... Ja gut, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil sonst wärst du ja echt pleite irgendwann. Ja, ich denke mal, dass es dir echt irgendwie mal so, äh, aufteilen muss, die Arbeit, ne? Weil wir haben ja jetzt das Glück und haben jetzt eine Farm, ne? Der Jet, der reißt, also der Jet Rocco und Carsten, die reißen ein Witz nach dem anderen, ey, ohne Witz hier. Also doch mit Witz. So, Lettus hab ich jetzt mal geholt. Jo, jo. Zehn Stück. Jetzt hab ich noch 26. Da, da. Hallo. Guck, guck. so fünf wie viel wie viel brauchst du wie viel dingens also insgesamt zwei reihen ich habe zehn stück gekauft ja okay wo ist die maus da ist die maus man die ich immer escape drücke weil ich den rucksack weg machen möchte du warst mal ich weiß aber nicht wieso du keiner mehr bist ich kann nichts mehr hin pflanzen ich habe keine ausdauer mehr machen ja jetzt zwei seid mir ein paar ja jetzt hast du dir jetzt auf ja ja inventar mal jetzt echt kurz so vorm umkippen richtig geil wenn das alles hier mal fertig ist fertig ist auch mal werden sogar nur eine reihe machen müssen hier ist noch eine gar nicht belegt wo man da noch mal rüben machen weil dann mache ich noch mal fünf dies draus können wir machen aber viel geschafft er gut dass es regnet ja das da haben wir da haben wir echt glück oh du bist aber auch am spitzen war ich bin ich bin jetzt gerade im roten bereich angekommen ja und wir haben es wir haben noch so viel zeit man kann halt echt am anfang halt nur hier mit ernten sehen ernten sehen und so weiter weil man hat ja einfach noch nicht die kohle dafür um irgendwas anderes machen zu können wir müssen mal auf jeden fall angeln gehen das nächste geld um nämlich in die hand für eine angel aber da reicht erst mal eine holz angel würde ich sagen echt weil wir müssen da jetzt nicht gleich irgendwie auf copper oder silber aber ich weiß noch nicht so wirklich was die was die machen ne also wie viel besser die die sind die copper ange also alles in im copper oder silber oder gold oder noch mehr ja das weiß ich natürlich jetzt auch noch nicht müssen wir einfach abwarten jetzt bist du wirklich hier die ernte fertig ist und dann fleißig verkaufen jetzt hat die musik wieder angefangen bei mir auch ich glaube die läuft schon seit irgendwie zehn sekunden oder so ja verspringen reicht das noch aber nicht mehr für samensätzen was machen wir jetzt um halb sechs ich habe keine ahnung also deine energie ist komplett runter ne ja hast du gesagt ja dann lass mich jetzt einfach echt noch mal irgendwie fünf kartoffel seeds machen damit meine auch noch runter ist und dann legen wir uns einfach schlafen ja ok ich war schon mal gerade die füße naja mach mal so füße sind sauber und jetzt kann man sich für das wasser wieder für die felder nehmen so ich habe jetzt nur noch wirklich minimal roten balken ja ich auch das heißt wir machen jetzt haja bubu wow alter danke schön rocco und hallöchen rocco folgte dir jetzt wow steffi hattest du kein bh mehr im schrank nö dafür war kein geld mehr da ich habe dich gerade leider nicht verstanden weil ja wo mir jetzt auch folgt was hast du gesagt du hast keinen kein geld mehr für was für ein bh oh ja gut aber nee also kalt ist dir nicht das würde man erkennen du jung oh männerst wieder ne der heinz mit soße folgt mir auch hallöchen heinz mit soße oh gott den gibt es auch noch den gibt es auch noch ja anscheinend also er hat glaube ich noch nicht wirklich was reingeschrieben in den chat aber er hat gerade auf folgen geklickt und dann du ja du